Musik 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 Hä, ist ja uneil, ist ja einfach nur krank, ok. Schau Leute, was geht, willkommen zu einer XXL-Runde Revisat. Einfach 45 Leute hier gerade im Channel. Ich mach jetzt ein kleines Experiment, entmutet euch mal alle, sagt alle ein Wort und dann mutet euch wieder. 3, 2, 1, go. Musik Ok, und muten, 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 muten. Danke, danke. Ok, alles klar, super. Maul, alles, Maul halten, wieder muten, danke dafür. Ok, 45 Leute, Revisat, meine Freunde. Ihr kennt die Regeln, wir landen wieder in Tiltetower. Und Revisat, das Game startet jetzt. Soll man jetzt schon connecten? Wir können jetzt schon connecten, Tobi. Okay, kann man jetzt schon connecten? Ja, Tobi, man kann jetzt schon connecten, ok. Erste Regel, Revisat, landet alle in Tiltetowers, nehmt euch keine Waffe, beschädigt keine Gebäude, kniet euch vor Big Ben und haltet alle die Schnauze. Revisat mit Schildern. Bruder, ich hab gesagt, nehmt keine Items auf, so wie immer. Halt dein Maul unter dich, Mann. Sehr schön. Und hört auf zu schreiben. Wer zu einmal schrammt, der wird gebannt. Ok, Tobi, du willst wirklich mitspielen? Ja. Meinst du, du schaffst es? Also ich verkack eh gleich beim ersten Mal. Das Ding ist, das Ding ist halt, Kataschen ist hier und der wird dich eh wieder rasieren, also die Legende. Hey. Oh nein, Kataschen. Ok, es tut mir leid, wir machen eine Runde ohne dich. Du hast eh schon so oft gewonnen. Revisat, es wird jetzt nichts mehr im Teamspeak geschrieben. Alle landen bei Big Ben, nehmen keine Schilde, keine Waffen auf, bauen nichts ab und knien sich vor Big Ben in einer Reihe hin. Danke. Bitte. Schokosoposop. Alter, hier sind voll viele tilted gelandet. Meinst du, viele Gegner? Ja. Sind viele bei dir? Ja, ja. Bei Big Ben sind ein paar. Die Zone spielt mit, das ist schon mal sehr schön. Ach, die Zone spielt mit? Spaß. Die spielt auch mit heute, ja. Ein wunderschön, was ist das denn, Alter? Oh mein Gott. Alles klar. Du hast schon mal verkackt. Gigaboost, weil ich hab gesagt, hinknien. An der Stelle schon mal der erste Rip. First Blood geht raus an der Stelle. Ok, ich muss das mir mal ganz kurz anschauen. Ist ja einfach nur krank. Ok. Revi sagt, alle einmal aufstehen. Revi sagt, hinknien. Und wieder aufstehen. Wieder aufstehen. Alle gucken so bei den anderen. Ok, 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 ok. Ich glaub, wir haben's heute mit einer Fahrt Tryhardt zu tun. Aufstehen. Hinknien. Ok. Einmal alle springen, bitte. Oh nein. Oh, das war die. Der hier neben mir, glaub ich, war's auch. Ja, er ist auf jeden Fall. Und hier vorne war noch jemand. Möchtest du bitte vortreten? Ich weiß ganz genau, wer es gewesen ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie? Ihr seid natürlich am Revenside Discord. Dann kommt mal da rein. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Promo Peter. Der Arme. Ok. Revi sagt, mitkommen. Alle. Alter! Revi sagt, bleibt hier alle auf dem Zebrastreifen stehen. Revi sagt, wenn nicht auf dem Zebrastreifen steht, ist ein toter Mann. Ok, ich muss hier leider jetzt schon wieder sagen. Du stehst nicht auf dem Zebrastreifen. Alle anderen haben es tatsächlich geschafft. Gut, die beiden stehen jetzt in der Luft. Da muss ich eigentlich auch schon sagen. Auf dem Zebrastreifen. Ah, ok. Ok, ok. Ok, hat es gerade noch geschafft. Menschlich gesinnt. Ziemlich abstoßend. Revi sagt, alle weiblichen Skins mitkommen. Ja Bruder, du weißt wohl nicht welchen Skins du hast. Schade. Revi sagt, du bist auch tot. Revi sagt, die weiblichen Skins bitte hier oben stehen bleiben. Die männlichen Skins bitte einmal hinknien. Revi sagt, die weiblichen Skins aufs Basketballfeld bitte. Ja. Revi sagt, stellt euch alle hier vorne in das Viereck. Revi sagt, no skin vortreten. Stell dich hier in die Linie und mach einen Korb. Revi sagt, bleib stehen und knie dich hin. Ok, nein. Revi sagt, Skull Trooper weiblich, du vortreten, einen Korb machen oder du stirbst. Hier vorne an die Linie. Oh. Revi sagt, zurück in die Reihe, alle beide. Revi sagt, skin mit dem Slurp, vortreten. Mach einen Korb, hier vorne an der Linie oder du stirbst. Nein. Ja, die Maut wahrscheinlich nicht, oder? Die Maut hat aber jeder den normalen Basketball. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Ja. Nö. Ja. Revi sagt, zurück in die Reihe. Revi sagt, weiblicher Cowboy, komm nach vorne, mach einen Korb oder du stirbst. Freunde, Samstag, 27.10.18 Uhr. Promo-Peter sagt, schaltet den Revi 12-Stunden-Stream ein. Der wirkt nicht nur geil, sondern auch super. Samstag, 27. ab 18 Uhr. 12-Stunden-Stream auf Twitch. Kommt vorbei. Rewi. Rewi sagt, alle männlichen Skins, die überwiegend schwarz an ihrem Körper tragen, bitte in die andere Hälfte des Basketballfelds. Die anderen bleiben stehen. Bruder, du bist also schon viel schwarz, aber ich würde nicht sagen, dass du ein schwarzer Skin bist, oder? Bist du ein schwarzer Skin? Kannst du entscheiden. Kannst du entscheiden. Und dich, Kollege, habe ich gerade auch den Zebrascheifen verlassen sehen, oder? Doch, doch. Und du, Kollege, du bist mehr blauer als schwarz und du bist von der Hautfarbe. Ja, okay. Also, tut mir leid. Das ist also... Digga, das kann ich jetzt. Also... Naja, komm. Okay. Revi sagt, tritt vor Lama-Skin. Revi sagt, tritt vor No-Skin. Revi sagt, Pickaxe-Duell bis zum Tod. Scheinbar schon. Okay. Ich glaube, es ist relativ eindeutig, wie das ausgeht. Revi sagt, alle Skins bitte mitkommen. Wir müssen in die Zone und das ist ziemlich weit. Bitte aufpassen beim runtergehen. Du hast nicht Revi sagt gesagt. Revi sagt, passt doch euch gut auf. Dank Gott, Junge. Das ist der Wahle. Mit 40 Leuten ist echt krass, Alter. Wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen ausdünnen. Einmal stehen bleiben. Da habe ich mir leider schon einen Kandidaten ausgepickt. Man muss zwischendrin immer noch ein bisschen ausdünnen, ne? Revi sagt, die Skins, die zuletzt, abgesehen von mir selber, das Geisterfeld neben dem großen Berg innerhalb der Zone, oder das einzige Geisterfeld in der Zone erreicht haben, müssen leider sterben. Die letzten drei. Also, lauf! Lauf, Faust, lauf! Das wird auf jeden Fall interessant werden jetzt. Voll mit so vielen Leuten. Revi sagt, wenn die letzten drei Skins, die das Feld jetzt erreichen, Ehre haben, bleiben sie bitte noch direkt da stehen und dürfen sich mit einem netten Emote verabschieden. Geisterfeld beginnt direkt hier vorne. Stehen bleiben ihr zwei und du bitte auch, Scarecrow. Du darfst auch ein... Ach, man. Revi sagt, alle in die Mitte des Geisterfelds kommen. Revi sagt an der Stelle einfach mal gar nichts. Havok, nimm mal bitte hier den Trank und trink den. Okay. John Wick, nimm den Trank und trink ihn. Revi sagt, nimm den Trank. Revi sagt, gib mir den Trank zurück. Nimm dir wieder den Trank. Nimm mal das Mad-Kit. Revi sagt, nimm das Mad-Kit. Benutz das Mad-Kit. Revi sagt, gib das Mad-Kit zurück. Und nimm es wieder. Okay. Revi sagt, alle Skull Trooper-Skins vortreten. Das hat ein bisschen lang gedauert, Bruder, wa? Ich muss ausdünnen, es tut mir leid. Revi sagt, alle drei Skull Trooper hier rein. Revi sagt, die letzten beiden Skull Trooper, die jetzt gleich noch stehen nach dem PKX-Duell, der letzte Skull Trooper überlebt und los. Revi sagt, alle Skins mitkommen. Tobi, du liest immer noch, ne? Jaja, bin Tryhard. Revi sagt, die letzten drei Skins, die das Maisfeld erreichen, sind tot. Ins Maisfeld mit den anderen. Du bleibst stehen, Rotkäppchen. Du bleibst stehen. Und du bleibst auch stehen, bitte. Es tut mir leid. Sammelt euch mal alle hier. Kommt mal her zu mir. Kommt mal her zu mir. Wir können euch jetzt noch mal Gebühren verabschieden. Habt ihr irgendwas an Emotes, die ihr vielleicht... Ja, super an der Stelle. Danke dafür. Wie sieht's bei dir aus? Und bei dir, Kollege? Ey! 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 Einer ist hier einfach abgehauen. Aber ich find dich noch, Kollege. Ich find dich noch. Keine Sorge. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Revi sagt, bleibt alle still stehen. Und die ersten vier Skins, die ich finde, sind leider Gottes tot. Revi sagt, die anderen Skins zu mir kommen. Revi sagt, bildet eine Reihe vor mir. Was ist das? Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Reihe ich umbringen soll. Revi sagt, bildet eine gerade Reihe vor mir. Bleibt genauso stehen. Revi sagt, einmal hinknien. Und einmal aufstehen. Revi sagt, aufstehen. Und einmal springen. Revi sagt, einmal springen. Und sofort wieder hinknien. Au. Oh. Aber, ja, Mann. Revi sagt, wer zuletzt die Scheune erreicht, ist tot. Übrigens der weiße Schieße ist mir weggelaufen. Revi sagt, der Rest der Skins mitkommen. Es dünnt sich langsam aus. Tobi, du liebst immer noch, ne? Ja, ja. Hä, wie geht das? Hä, ich bin Pro. Ja, gut. Das, äh, also... Hallo. Freut mich. Revi, der Skispringer ist Kinderdeutsche. Ich brühe auf Kaut. Ah, stimmt. Revi sagt, Skispringer. Komm mal ganz los hierhin. Revi sagt, kommt mal alle mit mir. Und Skispringer, du auch. Revi sagt, alle anderen Skins hier stehen bleiben. Revi sagt, Skispringer, geh in die Zone und erbärm dich an der Zone. I told you where we'd find you. Komm noch ein Stück nach oben, Skispringer. Komm ruhig her. Revi sagt, kommt noch was nach oben, Skispringer. Er macht noch mit. Und stehen bleiben. Revi sagt, die anderen Skins einfach zuschauen, wie der Kerl jetzt in der Zone langsam stirbt und bitte einmal einen Losertanz machen. Wahlweise auch gern mit Tomaten werfen. Das kommt davon, wenn man die Regeln missachtet. Er will jetzt schon gehen. Das ist ihm einfach zu blöd. Revi sagt, in die Zone mit dir und stirb. Revi sagt, die anderen Skins mir bitte nach. Revi sagt, ich möchte drei Skins von euch an jedem Baum haben. Revi sagt, der Baum, der zuletzt fällt, das Team stirbt. In drei... Okay, und los. Macht einfach. Ich hab mal... Das war hier vorne. Ich hab... Es war ich. Ich hab mich getötet. Oh no. Gut. Revi sagt, die anderen Skins bitte mitkommen. Hä? Wie? Ich hab den Baum... Nein, ich hatte nur noch zehn Leben wegen dem... Ehrenlos, Tobi. Ehrenlos. Er hatte zehn Leben. Ja, wegen diesem Skelettkampf, der in der Box war. Revi sagt, stehen bleiben. Sorry, Bro. Revi sagt, ihr seht hier zwei Gebüsche. Versteckt euch in einem. Wer keins findet, ist tot. Ähm, also... Es tut mir leid, aber da oben wär noch eins gewesen. Revi sagt, die letzten drei bitte zu mir. Revi sagt, kommt hier hoch. Revi sagt, rutscht über das Ice-Pad. Die bohren dann alle tot. Der arme Kollege hier vorne. Revi sagt, Glück gehabt. Hinknien einmal. Revi sagt, tanzen. Oh. Einmal hinknien. Revi sagt, baut den Baum hier ab. Revi sagt, gib mir die Mats. Revi fragt, wie viel Leben habt ihr beide? 90. Wie viel hast du jetzt? 46. Warte. Revi sagt, nimm das Mad-Kit und hiel dich damit hoch. Und dann hau ich dich noch einmal. Revi sagt, pickaxuell bis zum Tod. Nein. Revi sagt, mitkommen. Er hat zehn Leben. Vorsicht mit der Zone, Kollege. Und auch mit Fallschaden an der Stelle. Revi fragt, wie ist dein Name? Dr. Price. Ah, Dr. Price. Du hast gewonnen. Ehemann. Revi sagt, schieß mir in den Kopf und herzlichen Glückwunsch. Ein fettes Glückwunsch an dich, Reis Digga. Dankeschön für den stetig werdenden Support. Er hat einfach zwei Kills. Ja gut, er hat doch gerade jemanden mit der Pickaxe geklödet. Das war's von dieser XL-Runde von Revi sagt, meine Freunde. Smash den Daumen nach oben da. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao.